Hallo, so langsam wird es Frühling und der letzte Räderwechseltag steht an bei uns bei Walter Schneider. Ich nehme Sie einmal mit und zeige Ihnen, wie es so hinter den Kulissen bei uns abläuft. Hier vorne bei uns am Counter werden die Termine vereinbart und wir nehmen sie sehr gerne in Empfang. Ihr zuständiger Serviceberater nimmt Ihren Schlüssel entgegen und bespricht mit Ihnen Art und Umfang des Auftrags, zum Beispiel ob Räder wieder eingelagert werden sollen. Im Anschluss kommt der Auftrag in die Werkstatt und da gehen wir jetzt zusammen hin. Wussten Sie schon, an einem Radwechseltag wie heute wechseln wir bis zu 160 Räder am Tag? Zum Radwechsel gehört nicht nur dazu, dass wir die Räder wechseln, sondern wir schauen auch nach, ob genug Luft im Reifen ist, wir kontrollieren die Bremsen und wir gucken, ob die Profiltiefe stimmt. Gegen Aufpreis wuchten Ihre Räder oder lagern Sie ein. Das war der Räderwechseltag hier bei uns bei Walter Schneider. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Jetzt ist Ihr Auto wieder fit für die Saison. Gute Fahrt! Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.